jo leute hi was geht ab willkommen zu einem neuen video und zwar ich und crafterlp wollten einen ansatz gegen den scheiß tanz verbot und rauch verbot machen begrüßt ich mal hallo leute und bitte das video auch das wirklich ein ernstes thema bei rauch verboten tanz verboten wirklich die schlechtesten youtuber deutschland die huren söhne alter ich mag die wirklich auch nicht die machen einfach ansatz gegen gute youtuber gegen umgespielt gegen con crafter wer macht denn so was hier ja frafter gepusht ja oder so was wir machen ja und tanz verbot hat gesagt ich bin der beste youtuber ist ja aber nicht dieser opfer der ist so ein opfer nee ich gebe jetzt ist das gleich ihn jetzt auch mal also wer den youtuber abonniert ein abonnent von mir oder ein abonnent von fraps lp wer ihn da abonniert hat der ist so eine fette missgeburt oh nein tanz ist wieder da wer macht den ansatz gegen tanz er ist auch ein guter youtuber er macht ja sowas ansatz an aporette und er macht noch ansatz gegen sport war gegen youtuber reich nicht auch gegen und auch gegen sport machen fußball ok ich bin ich bin ja den ich enttäuschen aber ich mag jetzt auch nicht fußball aber ich will auf gar keinen fall fußball ansatz gegen fußball machen also welches hobby was ich mag es schwimmen tennis tisch und andere sachen darf ich auch mal reden ja okay und unser rauchverbot hat danke für die 5000 abonnenten gesagt und das hat er nicht verdient deswegen konkur auf der eigentlich das hat er eigentlich nicht verdient konkur auf der anderen die restlichen youtuber sollten 5000 abonnenten dazugekommen und nicht für diese für diesen scheiß hier er also bitte leute haltet vor haltet euch von diesen youtube an bitte entfernt jetzt gucken wir bei tanz verbots kanal noch mal nach tanz verbot opfer er ist so er ist doch ich bin der beste youtuber vor vier stunden ja ist fett ne zwei betten ihr rauchverbot sagt dass der tanz verbots bruder ist ist ja und glaube ich macht denn sowas im rauchverbot sagt dass der tanz verbots bruder ist jeder der schaut den gesicht mal an leute da sieht sowas von hässlich aus ja schwein und es sieht nach schwein aus ja und er macht sich noch in ein paar videos und er hat sich ob er die gelöscht hat oder so hier ansagen gegen mutaner black 88 er macht ansagen gegen einen paluten dieser opfer ernsthaft ansage an paluten paluten ist auch gut so ich ein paar youtuber auf ein paar youtube videos hat er sich sogar nackt angezogen sogar hier warum zieht man sich vor youtube einfach nackt an das was ist das denn für eine scheiße ansage an auch hobbys geht auch hobbys reichen nicht youtuber reißen 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 nicht dann macht er einfach ansage gegen kabel deutschland opfer ok ok leute wir beenden jetzt mit den geilen ansagen ansage ansage gegen youtube er macht eine ansage gegen youtube ja erst leon mache leon mache kreire zu geld geiler ja erd steine sterne und so ok leute wir beenden jetzt den video den geilen ansage gegen den kompenscheiß konkrefter ich sag schon konkreter alter rauchverbot und tanzverbot diesen diesen empfisst euch weil in deutschland ihr seid nicht bei deutschland geeignet verpasst euch hier ja und löscht euren scheiß youtube ja löscht mal euer kanal alter ihr nützt ja gar nichts und drauf und alle uns alle mögen ich kommt man ich sag immer konkrefter rauchverbot dieser hurensohn ja tanzverboten sein und rauchverbot ist so ein hurensohn alter wenn ich die sehen ich mache die hurensohn so welche leute ja ich weiß nicht leute vielleicht kommt noch heute noch ein video aber vielleicht aber ich glaube ohne den schwebslp ok ich weiß nicht ob heute noch ein video kommt ok leute wenn euch das video gefallen hat das auf jeden fall einen daumen nach oben oder schreibt in kommentare ja hier steht das auch leonmacher du geld geiler ok leute da sage ich also ich beende den aufnahmen wird und dann bis zum nächsten video schau heizkauz rein heute ja abonniert uns